Musik Also ich würde sagen, Künstler ist einfach jemand, der sein Werk so rüberbringt, dass es für die anderen etwas ganz Besonderes und auch unterhaltsames Tolles ist. Künstler haben immer mit Kreativität zu tun. Künstler sind kreativ, ob das jetzt Schauspieler, Musiker oder andere sind. Künstler sind Leute, die jetzt keinem Handwerk nachgehen, sondern das sind Leute, die einfach gemerkt haben als Kind, ich kann gut malen, zeichnen, Schauspielern, Musik singen, irgendetwas tun. Wie würdest du einen Künstler definieren? Der das macht, was an Spaß hat und was geht gut. Das ist ein Künstler. Wir freuen uns, dir zum 66-jährigen Bühnenjubiläum sehr herzlich zu gratulieren und wünschen dir alles Gute und weitere Erfolge auf der Bühne. Alles, alles Liebe, alles Gute, liebe Kreativität. Applaus Künstler und Ruśng 뜻 Gute Der Monterrachen Nummer etwas Nummer etwas Nummer etwas Er sind so froh Er ist so froh Er ist so froh Er ist so froh Er wollte es so hoch Wir sind so froh Bei einer Schöpfung an einer Schöpfung Er ist so froh Geschäftsleben, Auf und Baken. How about Wagner? Divout. And Haydn. Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. Let him come out. Baganini. Rossini. Kampsanini. Puccini. Catcha durian. What's his name? Neil de Waік. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh.